Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder Vorteile. Ihr wird mehrfach im Discord geschrieben, dass ich mal wieder Vorteile spielen soll, weil es angeblich wieder toll sein wird. Mein Bruder ist dabei und Otto ist dabei und dann gehen wir mal direkt hier runter. Okay, die Lobby sieht bisher gleich aus, außer dass er hinten... Wenn du mich noch einmal einladest, hab ich jetzt ein Problem mit mir, ne? Was? Also die Lobby sieht gar leicht aus, bloß dass es durch diese komischen Flying-Inseln da sind. Das erinnert mich so ein bisschen an Bedroos, so Minecraft. Das sind halt auch fliegende Inseln. Ja, ich nenne es einfach fliegende Inseln oder so. Was ist das für ein Waffel? Das ist es aber nicht. Das ist... Das ist ein... Okay. Das ist... Das ist... Das sind Aliens. Da bin ich menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Also, ich hab gestern mit meinem Bruder schon ein bisschen gespielt und wir sind da gelandet, weil wir da ein Trick von damit das Sniper hat, die lila ist. Und da konnten wir die ganze Zeit diesen Boss, der Hedges verpassen, dass er dann ohne Probleme, ohne dass wir den Schaden bekommen, stirbt. Ich hoffe, es geht mit Otto auch. Ehh, ich hoffe es, ne? Wenn das jetzt nicht passiert... Brauchen wir uns den Affel, ach egal. Hinter mir, Gegner, hilf mir! Komm, ich komm, ich komm, ich hab einen Waffel. Was ist das? Das war einfach dein Skin. Dein Single Klaus. Wo seid ihr? Nein, nein, ich hab Probleme mit diesem Wurst. Nein! Da hinten ist noch ein... Harpun-Ding. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Also, unseren Plan können wir jetzt nicht machen, aber ich hab einen Harpunen... Wie nennt man das Ding überhaupt? Egal, ich nenne es einfach Harpunen, wie man von der Bruder schon die ganze Zeit gesagt. Und da zeige ich euch mal eine andere Taktik, die vielleicht geht. Ich kenne die selber nicht, aber ich zeige sie euch trotzdem. Naja, komm. Äh, wo ist der? Hä? Oh, geil. Okay, genau, das brauchten wir. Das ist geil, das ist geil, okay. Wir haben jetzt nur etwa eine... Wer hat, hört auf zu reden. Ich muss moderieren. Wir haben... Okay, jetzt hab ich ab jetzt Probleme mit... Ähm. Nicht wirklich auch. Der hat seine Krone. Uh, ist gut. Ich hab einfach gar nichts gemacht, und ich wurde einfach durch der... Ich hab... Ich wurde einfach... Ich bin einfach durch die Wand gegangen. Also, mit dieser Sniper hier müssen wir die ganze Zeit diesen Boster Hedgehouse verpassen. Damit der so schnell wie möglich stirbt und... Ja. Ich zeige es euch mal. Überset ihr kommt mir immer ein Baum. Otto, hör auf, mal kurz auf zu reden. Jetzt wird er aggressiv, jetzt verstecken wir uns. Nein! Aber ich snipen mir die ganze... Oh Gott. Okay. Warum? Was mache ich? Wer hat mich zu diesem komischen Blub gemacht? Otto, Alter. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, warum bin ich jetzt so komischer Schleim? Das macht jetzt meine ganze Taktik kaputt. Versteckt euch hier beide. Jetzt müssen wir mal weitermachen, ne? Jetzt darf uns nicht mehr sehen. Und wenn der Boss jetzt halt wieder normal ist und weiter meditiert, oder was er auch immer macht, mein Bruder hat gesagt, er hat meditiert, dann können wir jetzt einfach wieder einen Hedgehop-Snipe geben und gefällt es so. Bumm. Ich hab... Otto. Hat einer von euch Sniper-Munition, bitte? Äh, ja. Nein, Sniper-Munition. Äh, ja. Welche? Ja, eine große. Nee, hab ich... Nein, hab ich... Nein, hab ich... Ja, wir müssen jetzt alle suchen. Das ist die schlimmste Runde, die... Okay, dann nehmen wir jetzt die andere Taktik. Otto! Ist da die große Krabbe? Nein! Hier ist... Otto! Was machst du da unten? Ist ja... Hat er dich gesehen? Nein. Wer wirft da unten Granaten? Otto. Versteckt euch. Okay, versteckt euch jetzt alle. Mann. Otto, versteckt dich. Ich seh dich. Bist du wirklich so ein Falscher? Okay, ähm, holt du ihn. Und ich komme euch um den Boss. Ja, den... Sünde! Ja. Warte. Inseln verstecken? Er sucht euch, glaube ich. Okay, äh... Otto, komm mit dir mit! Otto, bleib da unten. Er hat dich gespottet. Hab's! Oh! Okay. So klebt man den krassesten Boss-In-Game hier am leichtesten. Einer von euch kriegt einen Mad-Kick. So wird er sagen, Otto, weil Otto hat weniger HP. Und dann haben wir hier noch ein anderes Ding. So ein Mad-Nebel. Sönder-Schnitt-Baden auf jeden Fall. Also ich bin mit euch beiden hier in letzter Zeit richtig zufrieden mit eurer Hilfe hier, ne? Also erstmal Schwert ab. Übrigens, ich hab für diese Folge extra dieses Season-Update gemacht. Und es waren 19 GB. Und das heutige Update, was ich heute auch noch machen musste, waren 12 GB. Also, hab ich inzwischen mehrere Zeit verschwendet. Nur für dieses Spiel. Nur damit ich dieses eine Video hochladen kann. Also lass damit ein Like da, dass wir vielleicht mehrere Forteteile-Videos machen. Weil sonst lohnt sich das wirklich nicht, stundenlang Updates zu machen. Und für das es dann nur ein Video gibt. Also das lohnt sich dann gar nicht. Und ich möchte noch kurz was sagen, wie wir den Content in nächster Zeit. Weil es kommen wieder weniger auf meinen Kanal. Das liegt nämlich daran, weil wir in der Underground wahrscheinlich mit einer der letzten oder sogar das letzte Video, es ist ein XXL-Video, wird wahrscheinlich geplant, richtig mit einem ganz normal geschnittenen und so über eine Stunde geht. Also lohnt sich das Warten auf jeden Fall. Und ich sag euch schon mal, ich bin schon seit mehreren Wochen daran, um das aufzunehmen. Das ist der größte Krampf, den ich je gemacht habe für ein Video. Also bitte respektiert es dann auch und schaut es bitte euch an, weil das würde auch sehr viel von Algorithmusik auf jeden Fall bringen. Da oben sind Ballons. Okay. Okay, ähm, was wird unter Tod? Das hier. Bist jetzt wirklich, wenn wir jetzt die Krone einfach zunächst, ne? Ist es dein Ernst? Du kümmerst dich nicht um den K... Okay. Dann lernt man, wenn man geistig ist und einfach nur eine Krone und so haben will. Und wenn man einfach nichts, sich einfach beteiligt und nur irgendwas haben will, dann wird dort man und danach kriegst du es eh nicht.